Liebe Freunde der guten Musik und der guten Laune, wir melden uns heute nochmal aus Lissabon und freuen uns, euch unsere Ohrwürmer vom aktuellen Programm mitzuteilen. Mein aktueller Ohrwurm? Give me a minute to hold my girl. Und Deiner? Mein aktueller Ohrwurm? Gute Frage. Ich glaube, Komet von Udo. Und Deiner, Gütti? Ich hör die Möwen singen am Hafen. Ja, seiner auch. Sehr gut. Mein aktueller Ohrwurm? Ein Traum, ein Traum, ein Traum von Bosse. Und beschreibt ja auch hier das tolle Gefühl in Lissabon. Mein Ohrwurm ist, wir sind zusammen groß. Wir sind zusammen eins. Jaaa! So, ich bin mal weg! Ich bin mal weg. Ohrwurm. 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 Vielen Dank.